Venimus vidimus amavimus Kapitel 42 Schneegestöber Styrius folgte Lucius' Blick hinter sich. Dort lag der Luchs, den er erlegt hatte. Er kratzte sich etwas verlegen grinsend am Hinterkopf. Naja, ich habe ihn im Wald gesehen, als ich gerade auf dem Wegzeug war, beziehungsweise auch im Sammelplatz. Da muss mich das Jagdfieber gepackt haben. Jedenfalls bin ich ihm nachgesetzt und habe ihn mitgenommen. Lucius nickte etwas skeptisch und besah sich den Luchs von der Nähe. Wieder ein perfekter Schuss ins Auge, stellte er fest. Warst du das dann auch mit den anderen Tieren? Styrius wiegte verlegen den Kopf. Ein paar habe ich erschossen. Lucius schaute beeindruckt. Er meinte zuversichtlich, dann wirst du bestimmt heute Abend geehrt, Gott, und vergiss nicht, Diana zu danken. Außer natürlich, du dankst lieber einem eurer Götter dafür. Das wäre natürlich auch in Ordnung. Vermöglich wäre das sogar besser, sonst werden die germanischen Götter noch sauer auf dich, und am Ende haben wir noch mehr Probleme. Weißt du was? Dank lieber eurem Gott der Jagd. Das war eine blöde Idee mit Diana. Ich werde den Teil für sie übernehmen. So vor sich hin plappernd brachte Lucius mit Styrius den Luchs zum Beutehaufen, und die beiden deckten ihn mit Schnee zu, damit er frisch blieb. Am Abend gratulierten ihn viele Soldaten für die gute Jagd. Die Gruppe wurde mehrfach gelobt, aber die vermutete Ehrung für Styrius blieb aus. Natürlich, dachte sich Lucius nachträglich, warum sollte mein Vater auch nur daran denken, einen Sklaven für gute Leistung zu belohnen. Dennoch konnten sich die Soldaten endlich wieder satt essen, und der Kopf des Luchses wurde als Dekoration an die kleine Tribüne auf dem großen Platz gehangen. Es gab noch einige Proteste der Jagdgruppe, was ihre Ehrung anging, doch der verstummte, sobald Gaius Lucius hinzugezogen wurde. Er drohte dem gesamten Lager mit Dezimierung, daher hörten sie blitzschnell auf, sich zu empören, und entschuldigten sich demütig. Am nächsten Morgen wachte Lucius sehr früh auf, es war sogar noch mitten in der Nacht. Bald erkannte er auch den Grund dafür. Die Temperaturen waren noch um einiges gefallen, und draußen pfiff der Wind. Durch die Ritzen des Zeltes zog es und der Boden war gefroren. Auch die anderen Rekruten wachten bald von der Kälte auf und zitterten ähnlich stark wie Lucius. Styrius begab sich schließlich nach draußen und klaute eine der wenigen noch brennenden Fackeln von draußen. Der Großteil war durch den Wind schon ausgegangen. Er rammte sie in den Boden gegenüber vom Eingang, und die jungen Männer seufzten allesamt auf. Langsam erwärmte sich das Zelt etwas, auch wenn sie nur eine Fackel hatten. Sie drängten sich alle um das kleine Feuer herum, sodass sie möglichst viel von ihren unterkühlten Körpern wärmen konnten. Später legten sie sich noch etwas hin, wobei sie das ganze Stroh von ihren Stafplätzen auf einen Haufen warfen und sich dann alle zusammen draufquetschten, um sich gegenseitig zu wärmen. Lucius lächelte zufrieden in sich hinein. Es war toll, dass alle seine Freunde sich so gut verstanden und sich alle gegenseitig halfen. Dasselbe konnte man von dem Vorgesetzten des Militärs nicht sagen. Trotz des Windes, der draußen wütete, und der Tatsache, dass drei Pferde in der Nacht erfroren waren, hatte Gaius Lucius ein Weiterführen des Trainings angeordnet. Als er die Nachricht über die Pferde erfuhr, war Lucius als erstes zu den Stellen gerannt, insofern es bei dem hohen Schnee möglich war, und hatte nach Konyomi gesehen. Der kleine Hengst war ein bisschen kalt gewesen, jedoch ging es ihm gut. Er hatte sich mit den anderen Pferden zusammengedrängt und genoss seine morgendliche Portion Heu. Auch die Soldaten waren erfreut über ihr Frühstück. Es gab Suppe, die alle angenehm von innen wärmte, und dazu das übliche Soldatenbrot. Lucius und die anderen machten sich gerade in ihrem Zelt fertig für ihr Training. Heute würden sie mit den Geschossen weitermachen, was garantiert anstrengend werden würde. Schließlich war es keine leichte Aufgabe, sie durch den Schnee zu schieben, im Gegenteil. Kurz bevor er das Zelt verlassen wollte, wurde Lucius noch von Styrios aufgehalten. Hier, nimm das lieber mit, meinte der Ältere und zog sich seinen Schal über den Kopf. Er wickelte die heilige Wolle um den Hals des verdutzten Lucius und lächelte dann. So, jetzt frierst du vielleicht nicht mehr so viel. Doch der junge Römer protestierte. Und was ist mit dir? Du frierst doch auch noch bestimmt. Styrios winkte ab. Im Lazerith haben wir ein großes Feuer unter dem Kessel, das hält schön warm, machte also keine Sorgen um mich. Das leuchtete Lucius ein und so seufzte er ergeben. Also schön, dann bis später. Er winkte Styrios zum Abschied und eilte dann den anderen hinterher, die schon einige Schritte weiter waren. Nicht schlapp machen bei den Göttern, ihr seid ja Jammerlappen. Es kann auch nicht sein, dass die Jugend von heute nichts mehr auf die Reihe bekommt. Jetzt reißt euch zusammen. Du da drüben, steh sofort wieder auf oder muss ich zu dir kommen. So brüllte der Ausbilder die ganze Zeit. Die Jungen keuchten vor Anstrengung und trotz der Kälte waren sie unglaublich verschwitzt. Sie mussten einige Geschütze von ihrem Standort zu einem anderen transportieren, doch der Schnee machte ihnen einen deutlichen Strich durch die Rechnung. Es war fast unmöglich, die Räder auch nur ein bisschen durch den Schnee zu bewegen, doch das sah ihr Ausbilder überhaupt nicht ein. Er stand dort mit der Peitsche und brüllte die ganze Zeit Befehle. Selbst Quintus hatte Angst vor ihm und das soll schon etwas heißen. Marcus Zestius war vor einiger Zeit, kurz nachdem Gaius Lucius die Führung übernommen hatte, zu einem anderen Lager verlegt worden. Am schlimmsten dran bei den Neuen waren nun wohl Fabianus und Lucius, die beide nicht kräftig waren. Lucius hatte das Gefühl, dass seine Beine im Schnee jederzeit nachgeben konnten und war auch tatsächlich schon einige Male hingefallen. Er rappelte sich aber immer wieder hoch und zog weiter an den Seilen, an denen das große, schwere Geschütz befestigt war. Da hatten ihm die Stunden, in denen sie lernten, wie man es bediente, doch wesentlich besser gefallen. Es waren ziemlich gefährliche Waffen und so war es auch wichtig, die Funktion genau zu kennen. Niemand wollte, dass aus Versehen einige Soldaten erschossen wurden. Irgendwann waren sie endlich dort angekommen, wo sie das Geschütz haben wollten. Sie platzierten es so, wie ihr Vorgesetzte das haben wollte und lehnte sich dann keuchend gegen die Palisaden. Doch ihre kleine Pause wehrte nicht lange, denn bald kam der Ausbilder mit seiner Peitsche knallend wieder und scheuchte sie, um die nächsten Geschütze zu holen. Die jungen Männer schleppten sich an das andere Ende des Lagers. Dort übernahm Lucius und Apios die Aufgabe, die Seile zu befestigen. Dann gingen sie zu den anderen und zogen in zweier Gruppen jeweils ein Geschütz. Auch nun mussten sie ihre letzten Kraftreserven aufwenden, um die Geräte durch den hohen Schnee zu bewegen. Aber nach einer geschlagenen Stunde standen auch sie schließlich an ihrem Platz. Damit war das Training der Rekruten beendet und ihr Ausbilder zog sich in sein Zelt zurück, um sich aufzuwärmen. Florus klagte unterdessen, »Ich fühle mich total schlapp, mir ist irgendwie kalt und heiß gleichzeitig.« Lucius trat besorgt an ihn heran und befühlte seine Stirn. »Kann sein, dass du Fieber hast. Komm, ich bring dich zu Styrius, der kann dir bestimmt helfen. Ich wollte so oder so noch einmal bei ihm vorbeischauen,« bot er Florus an. Dieser nickte schwach und folgte dem Kleineren, nachdem sie sich von den anderen verabschiedet hatten. Im Lazarett lagen bereits einige hustende Soldaten. Styrius huschte Summen zwischen ihnen her und behandelte sie, wobei Lucius wusste, dass das Summen nicht unbedingt auf gute Laune hindeutete, sondern es galt der Beruhigung der Patienten. Dabei hatte Styrius immer dieselbe Melodie auf den Lippen. Als er die beiden Jungen sah, kam er mit besorgtem Blick auf sie zu. »Was macht ihr zwei denn hier? Kann ich euch helfen?«, fragte er. Lucius nickte. »Würdest du vielleicht einmal über Florus drüber schauen? Er fühlt sich nicht gut.« Styrius beharrte und wies Florus an, sich auf den Tisch zu setzen. Dann befragte er ihn, wie genau er sich fühlte und untersuchte ihn schlussendlich. Lucius saß währenddessen auf einem Hocker etwas abseits. Schließlich, meinte Styrius, »es ist nur eine Erkältung. Leg dich am besten im Zelt hin und pack dich schön warm ein und schunde dich ordentlich. Keine zu große Anstrengung, bitte. Hier hast du noch aufgebrühte Kräuter, die werden dir helfen. Falls es in ein paar Tagen nicht besser wird, dann komm noch einmal zu mir.« Lucius begleitete Florus noch in ihr gemeinsames Zelt. Er hatte von Styrius beim Rausgehen noch den Auftrag bekommen, sich gut um Florus zu kümmern, denn sonst konnte durchaus die Gefahr einer Grippe bestehen. Und bei den wenigen Ressourcen, die sie im Lager hatten, und der germanischen Kälte, konnte eine Seuche durchaus lebensgefährlich werden. Im Zelt angekommen, warteten die anderen schon auf sie. Florus legte sich sofort hin, nachdem er die Rüstung abgenommen hatte, und Lucius erzählte, was Styrius gesagt hatte. Die Jungen kamen natürlich dem gegebenen Auftrag sofort nach, indem sie Florus alle entbehrlichen Decken und Tücher zum Über- und Unterlegen gaben. Gerade wollten sie sich auch ihre Rüstung abnehmen, als der laute Alarmton der Trompeten durch das Lager schallte. Wir sollen sequel Essen gestalten. I I I I Wiesel